So, dann wären wir wieder mit der neuen Mod-Version. Man sieht schon, die Roboter hier, die schnelleren sind jetzt gelb. Aber das Wichtigste ist hier. Wir haben 100 Grad warmes Wasser. Und es geht die Tiere schnell runter, das ist nicht gut. Ja, mehr Pumpen, bessere Pumpen. Mach Pumpe. Du, da hin. Da ist noch MK1-Rohr. Ja, Vorbereitung, ne? So. Ne zweite Pumpe? Habe ich da ne zweite Pumpe gebaut? Ja, baue ne zweite Pumpe, haue die da hin. Oh. Äh. Stopp. Ich brauche mehr von den grünen Rohren. Schnell. Schnell. Dann brauche ich eventuell noch mehr von den Fluid-Händlern. Da. Du mach auch mal Riesenpack. Da. Ah ja, Speed-Module habe ich überall nicht drin gehabt, weil ich das nie brauchte. Genau, mach mal. Oh. Oh. Okay. Äh. Ich brauche definitiv mehr. Mehr alles. Da. Oh, noch mehr. So. Mach das denn mal kurz weg. Aufschrei, Aufschrei, Aufschrei. Dann mach da bitte. So. So. Dann hätte ich gerne eine Pumpe da, die das da reindrückt. So. Also wir kriegen jetzt locker dreimal so viel Wasser wie vorher. Und das sieht ja schon mal besser aus. Okay. Dann verbinde ich das Ganze hier rüber auch nochmal. Damit da noch mehr Ausfluss ist aus dem Ding. Wobei das eigentlich eine Pumpe bräuchte, ne? Ja. Ich brauche noch mehr Pumpen. Sind hier noch irgendwo welche? Nein. Und wir werden angegriffen. Unten rechts massiv. Da wird zerstört. Das muss ich mir gleich angucken. Dahin. Haben wir jetzt genug Wasser? Oh, da oben ist noch nicht angeschlossen. Äh. Da und da. Du bist am Arbeiten. Du bist am Arbeiten. Wir haben genug Wasser. Ist es warm genug? Äh. Nein, es ist nicht. 53 Grad. Okay. Das wird ein Problem. Aber ich muss erstmal gucken, dass da nicht irgendwo jetzt ein Einbruch ist. Weil jetzt ist die perfekte Gelegenheit für irgendeinen King, Biter oder Spitter durchzubrechen. Dich da unten muss ich töten. Ist nichts Persönliches oder so, ne? So. Lauf ich gleich mal weiter nach da oben. Sieht cool aus. So. Äh, ja. Ja, ich laufe nach oben. Ersetzen. Kommen da gerade Gegner? Ähm. Warum läufst du vor mir? Oh, du läufst mich vor mir weg, du. Könnt ihr schießen? Ja. Okay. Das ist okay. Das ist okay. Das geht. Da oben ist auch weg. Okay. Ich bin anscheinend jetzt erstmal ganz kurz sicher. Und das heißt, ich muss jetzt die Zeit nutzen, um möglichst schnell möglichst viel Energie zu produzieren. Weil, wenn wir nur auf 50% Hitze laufen, haben wir so gut wie keinen Strom. Ich muss also die Hitze erhöhen. Das heißt, mehr Boiler. Das geht nicht. Wir haben schon mehr Boiler gebaut. Das geht nicht mehr. Wäre dir heißer, wenn wir überall was reintun? Wahrscheinlich nicht. Ja. Und es kommt kein Wasser an. Also es gibt anscheinend eine wirklich grundlegende Veränderung, was das Wasser angeht. Es wird viel mehr Wasser verbraucht. Was man ja auch sieht, es kommt hier alles raus. Also muss es irgendwo herkommen. Redampf. Das heißt, wir können nicht einfach mehr eine ganz lange Reihe machen. Wir müssen das also wirklich wieder mit denen eine Reihe pro Ding jetzt machen. Trotzdem müsste ich die Dinge jetzt allerdings erstmal alle abreißen. Das geht nicht. Okay. Ich baue jetzt. Bau, bau, schnell. Ich baue jetzt noch eine neue Anlage. Und zwar mit dem falschen Muster. Weil es ja einen Abstand hatte. Also es immer noch damit verbunden hat. Produzierst du wenigstens genug Energie? Nö. Warum auch? Mach. Mach da. Das wird immer weniger. Jetzt wird es langsam wieder mehr. Okay, haben wir noch einen. Ja, mach das da hin. Will wieder mehr. Okay. Also das Ding versorgt auch das hier. Und hier mache ich jetzt ein neues System hin. Das heißt, ich hätte gerne Pumpen. Und zwar erstmal billige. Relativ billige. Dann baue ich Tanks. Und ich denke, das ist die beste Lösung. Ich muss jetzt schnell unter Druck hier ein neues System aufbauen. Das dann funktioniert. Das System nach und nach aufbauen. Und wenn das System dann komplett ausgebaut ist auf der höchsten Tech-Stufe, dann kann ich die inzwischen zwei veralteten anderen Systeme wieder abbauen. Einen noch. So. Pumpen brauchen wir auch gleich noch. Das ist jetzt völlig schräg, oder? Und ich habe kein Tool mehr. Craft Tool geht auch nicht. Da. Schöne alte Stahlexte. Da. Was? Achso, das ist schon ein besseres Ding. Das geht nicht mit fünf. Okay. Dann. So. Ein frei. So. Ja, so geht es genau auf. Okay. Also vier Stück. Die bekommen jeweils keine Pumpe. Weil das ist nur Dreckwasser. Hoffen wir mal, das haut hin. Doch, dann bekommen sie jetzt hier eine Pumpe. Und pumpen jetzt Dreckwasser. Brauchen wir Tanks? Ich hätte die Tanks damals nur gemacht als... Ja, doch, als Puffer. Also okay. Mach. Tank. Tank. Krampf. Mache da Mitte Tanks. Füllt euch mit Dreckwasser. Müssen später auch alles MK5 und was weiß ich werden. Aber wir haben jetzt schon mal Dreckwasser. Jetzt brauchen wir die Liquid Händler. Da. Und zwar viele davon haben wir gesehen. Das ist eigentlich nicht gut. Eigentlich ist es so rum besser. Dann haben wir nämlich mehr Ausgänge. Eigentlich sollten überhaupt nicht zusammenstehen. Dann haben wir nämlich noch mehr Eingänge. So. Richtig. Okay. Das ist immer noch nicht richtig. Weil jetzt sind die Ausgänge direkt... Ach Gott. Panik, Gerugon und Krisensituation. Passt nicht gut zusammen. Also doch so. Damit wir einen Ausgang... Hier haben. Einen Ausgang da haben. Hier alles rein. Ja, ja, okay. So, dann können die sich... Hier wieder vereinen. Hier drunter kommen die... Fluid-Dinger. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Die Fluid-Dinger. Ich brauche noch einen davon. Und da kommt ein sauberes Wasser raus. Braucht dann allerdings auch wieder Tanks. Die ich habe, ja. Und da. Schrift rechts, Schrift links, Schrift links, Schrift links. Okay. Dann kommt da noch eine Reihe hoch hin. Und dann die Tanks. Und dann die Tanks. Hm. 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 So. Und jetzt kommen die Ausgänge für die Erhitzung. Okay, das geht auch wieder nicht so ordentlich auf. So. Nee, das ist doof. Nee, das ist doof. Das ist absolut doof, weil die müssen direkt am Ausgang die Pumpe haben. Also. Da habe ich die Pumpe noch irgendwo gebaut. Nein. Bau. Billige. Was? Nee. Bau billige Pumpe am Ausgang. Setz billige Pumpe am Ausgang. Was sagen die Angriffe? Ein Angriff da. Ist okay. So. Sauberes Wasser. Jetzt bräuchten wir vier rein. Also erstmal brauche ich jetzt das alte, richtige System. Da. Weil im richtigen System müssen die Engines später hacken. Das Ding steht falsch. Du musst komplett weg. Mach ich das jetzt am schnellsten? Nimm eine passive Kiste, hau sie einfach irgendwo da hin. Gib mir das ganze Plastik. So, dann machst du das hier alles weg. Und mitnehmen. Die Stalax ist irgendwie stärker als unsere selbstgebaute Stalax von vor dem Patch. Sehr komisch. Mauern werden zerstört. Da hinten. Wie viele Türme schießen? 276 Türme schießen. Das sollte okay sein. Du. Hier. So. Das alte Zeug weg. Hier müssen jetzt. Wahrscheinlich eher hier unten. Hier unten müssen jetzt die Engines hin. Also sehr weit unten. Weiter unten als die da. Weil wir hier. Die Erhitzung machen müssen. Ich denke mal hier. Das heißt hier. Hier Bauboiler. Platzhalterboiler. Damit ich mir das ungefähr vorstellen kann. Sagen wir mal so. Kommen da Ärmchen hin. Dann kommen da Kisten hin. Ich bin nicht in der Robo-Port-Abdeckung. Wollt ihr mich veräppeln? Habe ich noch einen Robo-Port auf Tasche? Da. Setzt ihn hier hin. So. Und ihr hättet gerne Brennstoffblöcke. Da. 50 Stück. Schiff rechts. Schiff links. Schiff links. Schiff links. Schiff links. Schiff links. So. Und das Ganze dann auf der anderen Seite auch nochmal. Ich hoffe das haut hin vom Platz. Und dann hier lang. Ja. Das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Ja. 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 Okay. So. Da dann auch überall Boiler hin. Natürlich eigentlich die recht tollen Boiler. Ich mache das schon mal hier so ansatzweise. Und alles mit recht tollen Rohren. Toll, 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 toll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tolle Boiler sind es nachher. Und dann tue ich jetzt nur 4. 4. Bublige Engines hier hinten. Sagen wir mal. Na, ein bisschen höher kann ich schon. Ja, das kommt hier eh alles weg hier. So, 2, 3, 3. Ich baue noch ein Primary. So, und die werden dann damit befüttert. Kriegen da auch noch eine Pumpe hin. Du hast keinen Strom, weil wir alle gar keinen Strom haben. Ja, das ist okay. Was? Warum haben wir alle keinen Strom? Weil wieder alle Türme schießen? Nee, 107. Aber ja, es ist mir lieber, dass die Türme schießen und ich nicht arbeiten kann, als wenn ich arbeiten kann, die Türme nicht schießen und wir alle sterben. Ich laufe mal runter und sniper den kurz weg. Also, ich töte den Sniper. So macht es eher Sinn. Weil mit einer Laserschrotflinte snipert man nicht so wirklich toll. Wo bist du? Ah, du bist tot. Okay. Da hinten ist der Nächste. Kann ich da irgendwas machen? Nee, ist auch schon tot. Okay. Alter Schwede. Stress pur. Lass mich da durch. Lass mich da durch. So, ihr arbeitet jetzt schon. Ja, aber ihr bekommt so gut wie gar kein Wasser. Das ist verständlich. Also gar kein ordentliches Wasser. Weil es müssten jetzt alles hier bessere Ruhe werden. Wo wirklich noch Wasser ankommt. Und ihr habt keine Treibstoffblöcke, weil da keine Roboter fliegen und Fuelblocks holen gerade. Das behebe ich mal so ansatzweise. So, damit ihr ein bisschen arbeitet wenigstens. Damit ich gucken kann, ob es für später reicht. Jetzt, wo das kommt, ob es für später auch nicht läuft. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Vielen Dank.